Ardha Padma Pavan Muktasana ist eine Übung, die die Lotus Flexibilität entwickelt und auch die Kreuzregion entspannt. Fabian zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage bzw. am besten bist du erst im Rücken und vom Rücken ausgehend beugst du ein Knie und gibst den Fuß auf die Oberschenk, auf die Hüft beuge. Dann beugst du das andere Knie und ziehst dann das Knie zum Brustbein hin. Pavan Muktasana heißt die luftbefreiende Übung. Sie wird manchmal auch einfach nur als Muktjasana bezeichnet, indem der Oberschenkel zum Bauch hingezogen wird, kann sich eventuelle Blähungsluft befreien. Deshalb Pavan Muktasana. Pavan Mukta hat aber noch mehr zu bedeuten. Pavana steht allgemein auch für Unruhe und für ein Übermaß von Vata und so soll diese Übung helfen, dich zu zentrieren. Bekannter ist natürlich Pavan Muktasana mit dem einen Bein ausgestreckt, aber mit Ardha Padma Pavan Muktasana entwickelst du gleichzeitig etwas die Hüftflexibilität mit, sodass du die Lotus-Flexibilität gut üben kannst. Alle Variationen von Pavan Muktasana findest du in der Yoga Vidya App sowie auf yoga-vidya.de. Ja, danke fürs Zuschauen. Fabian, Ausbildungsleiter bei Yoga Vidya Bad Meinberg, Durga das hinter der Kamera und Sukadev, das bin ich, wünschen dir viel Freude beim Yoga.